Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Guide-Video zum Erfolg hungriger Hell hier auf gatenews.de. Für diesen Erfolg müsst ihr Hell dem Eremiten in der Glutbucht 50 Glutäpfel bringen, was euch am Ende mit ein paar Erfolgspunkten und einem Titel belohnt. Und dafür müsst ihr euch hier in die Nähe der Faultierkönigin begeben, beziehungsweise auch so ein bisschen des Wanderzirkusses. Und dann geht es hier tatsächlich so ein bisschen die Insel nach oben. Auf dieser Insel bekommt ihr bei den Bäumen Glutäpfel, die ihr danach rüber zu Hell bringen müsst. Hier seht ihr das, ihr könnt mit dem Baum interagieren, bekommt dann einen Apfel. Und das ist so ungefähr der Weg, den ich mir jetzt ausgeguckt habe. Es kann durchaus sein, dass es da noch kürzere Wege gibt und wir das eventuell im Nachhinein nochmal ein bisschen anpassen, den Guide. Aber das ist so ungefähr die Strecke, die ich gehen würde. Der hungrige Hell steht ungefähr da, wo wir vorhin gestartet haben, also relativ weit oben auf der Felswand. Und ich habe da auch keinen schönen Weg hochgefunden, muss ich gestehen. Und habe mich deshalb dazu entschieden, immer wieder hier bei den Jade-Rüstungen entlang zu gehen. Habe das Ganze jetzt tatsächlich 50 Mal gemacht, was nicht sonderlich aufregend war. Und wie gesagt, habe keinen wirklich schnelleren Weg gefunden. Wichtig ist vielleicht, wenn ihr hier bei der Mossad-Festung vorbeigeht, dass ihr immer zur rechten Zeit dodgt, damit ihr nicht noch Probleme mit dem Äther-Turm bekommt. Dass ihr den Jade-Kreaturen und ihren Knockbacks ausweicht und so das Ganze drumherum. Eigentlich ist es hauptsächlich eine Laufarbeit. Wenn ihr es so schafft wie ich, etwa alle zwei Minuten ein, dann sitzt ihr ja trotzdem bei 50 Äpfeln noch eine ganze Weile dran. Es wird wahrscheinlich was Kürzeres geben. Ich habe es aber persönlich nicht gefunden. Das ist meine Variante, wie ich den hungrigen Hell fütter. Wenn euch das gefallen und geholfen hat, dann denkt ihr als liken, denkt ihr als abonnieren. Besucht geeknews.de Und im Hintergrund seht ihr nochmal ganz kurz, wo wir gerade gestartet sind und dass wir einen Apfel bekommen haben. Bis zum nächsten Mal.